Sante Suisse behauptet, Gruppenpraxen seien Preistreiber. Jetzt eröffnet Sie in Allstetten nochmal eine grosse Praxis. Wie können Sie das verantworten? Wenn man die Zahlen von Sante Suisse genau anschaut, dann sieht man, dass Gruppenpraxen mit hauptsächlich Grundversorgern eigentlich günstiger sind als der Durchschnitt in der Schweiz und als die Einzelpraxen. Das Wichtige ist, dass der Hausarzt die Behandlung gut koordiniert und den Patienten durchbegleitet und die richtigen Behandlungen nicht wegleitet. Jetzt sagen Sie das einfach so. Sante Suisse hat ja die Zahlen dazu veröffnet. Wie kommen Sie zu dieser abweichenden Einschätzung? Wir haben unsere eigenen Zahlen, die zeigen, dass wir wesentlich günstiger sind. Wir sparen auf das Ganze 15 bis 20 Prozent der Kosten ein, weil wir eben die Patienten in der Gruppenpraxen gut behandeln und versuchen, das zu machen, was wirklich nötig ist. Keine Doppelspurigkeiten, keine unnötigen Abklärungen, die nur teuer sind und keinen Nutzen bringen. Jetzt die Zahlen sind ja das Einte. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich komme jetzt zu Ihnen mit Bauchweh. Wie kommen Sie jetzt zu diesen Kostenersparungen, an meinem Fall Bauchweh? Genau, da braucht es eben den Hausarzt, der zuerst den Patienten sieht, mit ihm redet, die genauen Fragen stellt und dann sehr gezielt zusätzliche Untersuchungen in den Weg leitet. Wenn der Patient mit Bauchweh direkt zum Spezialist geht, zum Beispiel zum Magen-Darm-Spezialist, dann wird er alle Untersuchungen machen, die ihm zur Verfügung stehen, weil er muss ja sagen, es ist im Magen-Darm-Bereich keine Auffälligkeit oder keine Störung da. Und dann findet er nichts und dann geht der Patient zum nächsten Spezialist und dann macht er wieder alle Untersuchungen, die ihm zur Verfügung stehen. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen und das kann man eben vermeiden, wenn man zuerst zum Hausarzt geht. Jetzt eröffnen Sie am 2. Mai in Altstetten. Wenn ich jetzt als Patient profitiere von diesen Einsparungen, was muss ich machen? Genau, Sie können sich natürlich als normalversicherten Patient jederzeit zu unserer Behandlung begeben. Sie können auch Online-Termine buchen, aber Sie können auch ein Medik-Versicherungsmodell wählen, wo Sie 15% Prämien sparen. Dann sollten Sie immer zuerst zu uns kommen und sich durch uns begleiten lassen.